Hallo zusammen, wir sind da bis heute in Grängelsch. Ich bin im Bauernhof von meinen Eltern und meinem Onkel. Und wir haben uns gedacht, wir gehen unter die Arme greifen und ihnen helfen zu melken. Und zwar, dass man auch sieht, von wo das Milch kommt. Dass man einfach einen Coop holen kann und so auf den Tisch kommt, dass da viel Arbeit dahinter ist. Und ich schaue uns das jetzt mal an. Musik Jetzt, also jetzt? Ich muss sie dort machen. Ja, ich muss sie dort machen. Jawohl. Ich glaube, sie ist da oben, aber sie nimmt sie wirklich. Ich mache das noch nicht. Ja, ich mache das. Ich mache das jetzt. He! He! Ja, ich habe doch jetzt geschlagen, wenn ich mich nicht aufhabe. Ja. Aufhabe das. Nee, nicht mehr. Nee, nicht mehr. Ich mache das. Ich mache das. Das ist 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 das. Das geht nicht mehr. Was ist das? Ich bin jetzt noch nicht dran. Ich bin jetzt noch nicht dran. Oh, das ist schon.